Wenn ich Kerium töte, kann ich den Geisterdrachen befreien. So, hier passieren jetzt wieder merkwürdige Sachen. Deswegen lasse ich mich jetzt dann lieber erstmal ein Stück. Wie ihr wünscht. Wer mir das eigentlich tue hier? Nur jemand, der da irgendwie eingesperrt ist. Gucken wir uns doch mal noch in der Richtung um. Hier ist nichts außer irgendeinem Versteck. Oh, zwei schöne Zauber. Gehenge Zauber zurückwerfen, niederen Luftelimentar beschwören. Ähm... Ja, super. Aber das kann ich alles noch gar nicht. Hm... Kann ich aber hier wenigstens rasten. Bier. Dann hauen wir ein paar Buffs rein und kloppen... Wir stoppen die Anführerin um. Der Drache wird uns dann helfen. Sie hätte ja auch Segen sprechen können eigentlich, aber okay. Oh, ich hab vergessen, Neera. Ne, stimmt noch. Furcht bannen und Neera-Position geben. So. Pondition für Neera. Furcht bannen. Hörgfe. Lass. 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 Ha! Minimum ist wahr! Ja? Wie kann ich helfen? Ja? Wohin geht es diesmal? Wie ihr wollt? Hallo! Ja? 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 Stop and help me. Wut, right? Ja? 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 Ich habe eine Kabale dunkler Magier besiegt. Ich stehe in eurer Schuld, Winzling. Und ich in eure. Ich hätte diesen Scheußern niemals ohne euch zur Strecke bringen können. Ich hätte es nicht einmal durch die Tür geschafft, wenn ihr es nicht erlaubt hättet. Ich bin Bueno hier. Ich habe nur getan, was jeder getan hätte, der um sein Leben gegen einen Haufen böser Magier und eine kleine Armee von Untoten kämpft. Das ist wahr. Was werdet ihr nun tun, um eure Schuld zu begleichen? Ne, sind wir mal so ehrlich und nehmen das Erste. Mein Name ist Halal-Tathler. Mein Name ist Halal-Tathler. Mein Name ist Halal-Tathler. Alles in meiner Macht stehende zu tun, um Eindringlinge abzuhalten, statt absolut alles in meiner Macht stehende zu tun. Es war nur ein Wort zwischen ihr und ihrem Ende stand. Wer sind diese Leute, Halal-Falier? Was spielt das für eine Rolle? Sie sind jetzt tot und gehen uns nichts an. Das waren üble Gestalten, alle von ihnen. Sie nannten ihren Meister, den gespaltenen König, und der Gestank der Höllen haftete an ihnen. Solche Bestien sind zu nichts als Bösem fähig. Sie lauern in den Schatten, bringen Dunkelheit, wo sie können. Was ist mit Kayla Argent? Wisst ihr etwas über die strahlende Dame? Ich habe diesen Namen gehört. Meine Kaptele haben sie auf der Zeit erwähnt, und in jedem Moment sprachen sie mit Verständnis. Ein Puppet, die sie herkamen, machten sie ihren dunklen Meistern. Ich habe diesen Namen schon einmal gehört. Meine Gefängniswerte erwähnten sie gelegentlich, und in jedem Fall sprachen sie mit Verachtung. Eine Marionette nannten sie sie, die die Arbeit ihres dunklen Meisters verrichtet. Ähm, ihr Meister? Welcher Meister ist das? Ein Mann, wenn er denn wirklich ein Mann ist, namens Heffernan. Er ist ein Wesen der Täuschung, ein Wurm, der in Rosenblätter gehört ist. Sein Böses ist heimtökisch. Er ist eine Krankheit, die in einem gesunden Körper wächst und ihn unbemerkt zerstört, bis es zu spät ist. Seid euch ihm bewusst. Aber Herr Fernandit Kayla. Vielleicht, meine Perspektive war begrenzt. Seit ich nicht damit verbrachte, Kanaglyms Eingang zu bewachen, verschwendete ich in diesem verfluchten Geistergefäß. Alles, was ich über Kayla weiß, setzt sich außerhalb mit gehörten Gesprächsfragbänden zusammen. Ich kenne die Frau nicht. Sie ist nie nach Kanaglym gekommen. Äh. Ich finde es schwer zu glauben, dass solche Anstrengungen direkt unter ihrer Nase passieren konnten, ohne ihr Wissen. Könnte ich nicht sagen, aber die Wasserfahne Fente rufen und ich kann ihnen nicht länger widerstehen. Ich muss nun gehen. Wenn ihr meinen alten Freund Deros begegnet, sagt ihm, Halapha hat ihn nicht verlassen. Ich werde auf der Fugene Ebene auf ihm warten, solange ich kann. Wenn sich unsere Wege kreuzen, werde ich ihm eure Nachricht übermitteln. Mögt ihr in den nächsten Weltfrieden finden? Sicher geht nur, lasst mich die Welt ganz alleine von den Mächten des Bösen retten. Ist schon gut. Im Ernst, geht jetzt. Auf Wiedersehen. Cease your whining. Try and show a little dignity. Hör auf mit dem Geheule, Brenno. Ihr versucht dir, was Würde zu zeigen. Farewell, child of Baal. The road before you is dark and full of peril. To navigate its twists and turns, you will need allies. Friends. Choose them wisely. Now I must depart. Nepenthe calls me to the Fugenebene. Nervoil Kind vorbei. Die Straße, feuch, ist dunkel und voller Gefahren. Um ihre Kurven und Abzweigungen zu überstehen, braucht ihr Verbündete. Freunde, witzigerweise. Jetzt muss ich euch verlassen. Nepenthe ruft mich auf die Fugenebene. Na, das war, das war ja etwas. Gehen wir. Ich habe mit Hilfe eines Drachengeistes eine Kabale von dunklem Magier verhindert. Äh, ja. Irgendwas mit Leid. Der Geisterdrache ist fort. Ja. Wie ihr wünscht. Hm. Hefernand's Ritualnotizen. Diese AK-Notizen enthalten Formel, die Hefernand entwickelt hat, um eine Armee von Untoten zu erwecken. Das Ritual kann nicht so durchgeführt werden, wie es beschrieben steht, ohne bestimmte Artefakte zu benutzen. Die bei Hefernand's ersten Versuch, die Zauber zu wirken, zerstört wurden. Dennoch bleibt das theoretische Fundament dieser Malgi solide. Hm. Ja. Jetzt liegt hier sehr viel Zeug rum. Ah, das kann zu ihr erst mal. Tode beleben und Chaos. Dorn trägt den Schriftrollenbehälter mit den Quest-Sachen. Schutz-Amulett, Ring der Zauberei. Hm. Ja, toll. Und das gebe ich mal an sie ab. Das gebe ich auch mal alles an sie ab. Das kann eigentlich auch mal darüber. Hm. So, zwei Heidtränke. Schleuderkugeln für sie. Etwas, was wir verkaufen können. Schleuderpass 1, die wir verkaufen können. Noch ein Feuerballstab, der weniger Ladungen hat. Also geht der als erstes mal weg. Feuerschutzrobe, Stab des Frostes. Feuerschutzrobe, Stabstreitkolben. Probe des bösen Erzmagiers. Worum geht es diesmal? Was hätten wir noch? Ketteschutzrobe. Ein Dolch plus 1. Hippie. Betäubungspfeile. Lähmungsstab mit zwei Ladungen. Stab der Furcht mit einer Ladung. Kugel plus 1. Machen wir es so rum. Oh, hier. Hier liegt noch mehr Zeug rum. So, was haben wir hier? Noch ein Stab der Lähmung. Sie ist langsam auch überfüllt. Neue Haltrinke für Dorn. Feuerschutzrobe, Blitzkugeln. Betäubungspfeile. Abwehrrobe des Abenteurers. Beide ruimt. Vielen Dank.